Hallo meine Lieben, heute möchte ich diese große XXL Leinwand bemalen, um ein wunderschönes vorringen und zwar eine Welle. Gesehen habe ich das im Internet, es ist wunderwunderschön, ich werde das mal ausprobieren. Und als erstes fange ich an mit meinen Seiten. Die werde ich nämlich schon mal vorkolorieren mit einem tiefen dunklen Blau und werde es damit rendern. So meine Lieben, es ist angeregnet würde ich meinen. Ich habe ja vor, heute eine Welle zu machen und habe hier meinen Hintergrund, nämlich den Blau, schon vorbereitet. Ich werde damit anfangen und werde quasi das hier vorne hin machen, weil ich später die Welle hier haben möchte, die dann so ins Bild geht. Aber da hinten komme ich da nicht ran und ich will es mir so oft bewegen. Deswegen, ich beginne mit Blau und konzentriere mich hier auf den Hintergrund. Wenn ich da, würde ich jetzt mal kurz牙chen. Das war jetzt mit der Leinwand. Das war jetzt der Leinwand. Abonniert die Leinwand im Himmel. Das ist die Leinwand im Himmel! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.